Im Zirkel bilden wir Erfolg um den Kreis, wo jedes Problem vom anderen weiss. Wir reden drüber und erkennen sofort, und was ist eigentlich da ohne die Gau? Wohl immer noch so eine Leiche geloh, doch weiss ich wo, dass ich mit meinem Problem keine ohne Gau. Weil die Restlichkeit sich für mich nicht interessiert, im Zirkel erfahr ich dann, was wirklich ist passiert. Es ist das Einzige, wo mir dann noch übrig bleibt, auf der Reise nach der Suche, ob es da mehr in mir gibt. Doch was ich antriffe, schon kann ich die Lebe verlaufen und in 20 Personen müssen wir gleich Probleme betroffen. Und ich war schon der Einzige, der Einzige auf dem Planeten, doch sinnvoll ein paar andere mit dem Fred. Nach kurzer Zeit für mich wollten wir sind unter uns und von Geschichte zu Geschichte immer bunt und kurz. Nachdem ich meine Geschichte zum ersten Mal ausbeworden und mich in der Gruppe immer besser konnt zu wollen, dass ich fühle, wo mich von dem Tonnen loscht kann lösen. Kein mir Vertrauen und nicht mehr die Angst vor dem Bösen. Das ist richtig gut in der Gruppentherapie, weil ich weiss, dass ich nicht mehr so eine Leiche bin. Man erkennt das Problem, sucht nach einer Lösung, man findet keine Punkte und es ist ziemlich schwierig. Die Zirkel bilden mir Erfolg um den Kreis, wo jedes Problem vom Anderen weiss. Man erkennt das Problem und erkennt das vor dem Bösen. Und was ist eigentlich das Bösen? Die Zirkel bilden mir Erfolg um den Kreis, wo jedes Problem vom Anderen weiss. Man erkennt das Problem und erkennt das vor dem Bösen. Kurz vor dem Ziel, doch kein Ende ins Licht. Er lässt, bevor es unter Träumen bricht. Der Gännis tröst, der Vöhrer grüte Rot, wenn man seht, dass den Anderen noch Schlachten geht. Der Freitas, der Last, der im Kopf drückt und so Stück für Stück gehen wir weiter vor Ruck. Doch was ist der Sinn in dieser speziellen Methode? Denn es führt auch nicht die Realität zurück auf den Boden. Die Initiative müssen wir jetzt langsam ergreifen und die ersten Gedanken werden auch schon verreifen. Die Vardikale durchziehen und beachten, was passiert. So erkennt man das System und weiss, wo es an der Vier. Alle miteinander müssen wir jetzt zusammenheben und wir werden uns noch noch vor Ort bewegen. So werden wir uns am Wochenende in der Pumpe treffen und für die Schandtaten endgültige Sachen. Irgendwann muss mit einem Ende sein, weil soviel das sonst nie in der Höhe. Fertig und das sofort erhütte, wenn du länger warten würd ich nicht lütze. Ein Zirkel bildet mir vollkommen ein Kreis, wo jedes Problem vom Anderen weiss. Redet Tröme und der Gänse vor, und was ist ein Lehrt und wie du? Ein Zirkel bildet mir vollkommen ein Kreis, wo jedes Problem vom Anderen weiss. Redet Tröme und der Gänse vor, und was ist ein Lehrt und wie du? Was? Weisst du wo? Warum und wieso? Was? Was? Ich weiss jetzt wieso. Und wohin das hier kommt kommt. Was? Was? Doch ich weiss, wohin die Welt kommt. Was? 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 Was?